Wenn du über die Kante gegangen bist, sehe ich dich nicht mehr. Ich war noch nie mit einer solchen Situation konfrontiert. Der Dolmetscher kann sich nicht mit abseilen. Wenn Troy über die Kante gestiegen ist, habe ich keinen Sichtkontakt mehr zu ihm und keine Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren. Falls er in Schwierigkeiten gerät, ist er auf sich allein gestellt. Wenn du unten bist, geh zur Seite. Und sobald du in Sicherheit bist, ziehst du dreimal kräftig am Seil. Sehr gut. Ist alles klar, Troy? Er sagt, du bist doof. Nee, Spaß. Das lerne ich bestimmt noch. Das ist das schwierigste Stück. Schön breit stehen und zurücklehnen. Du schaffst das. Niemals aufgeben. Sudden Ich kann Troy nicht sehen. Er wird dreimal am Seil ziehen, wenn er unten ist. Wenn man einmal losgeht, ist man auf sich allein gestellt. Gut gemacht, Troy. Untertitelung des ZDF, 2020